Hi, willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf YouTube mit Resident Evil 4 im Remake. Hier auf Twitch sind wir noch dabei, live, mit der sechsten Let's Play Session. Und wir sind letztens stehen geblieben, als wir Ashley befreit haben. Und jetzt sind wir gerade beim Händler. Und wir schauen mal, wie es jetzt hier weitergeht. Denn der nächste Postkampf müsste theoretisch Krauser sein, wenn ich mich richtig entsinne. Also vom Original her gesehen. Deswegen schauen wir mal, ob wir Krauser besiegen können. Let's go! So, erst mal gucken hier, Sound müsste alles laufen. Ja, sieht gut aus. Dann weiter geht's. Aufnahme läuft auch, durch das vergessen habe. Ja, let's go. Wir müssen jetzt da lang. Was erwartet uns denn hier? Viele Gegner wahrscheinlich. Aber irgendwo ist ja hier gleich... Da. Eins von fünf. So, die nächsten sind da drüben. Okay. Ja, natürlich. Die Mieter der Jungs wollen wir noch mitnehmen. Warum nicht? Let's go. Wieder viele Gegner wahrscheinlich. Gehen wir woanders lang. Wärts gedacht. Ja, wir haben ja hier. Okay. Haben wir jetzt das Thermalvisier. Man soll ja trotzdem auch treffen. Ach komm. Ey, weiß nicht, was heute los ist. Zielen ist heute echt. Ah ja, wir haben das Maschinenbeier noch gar nicht benutzt. Wollten wir ja mal benutzen. Mal schauen, was das kann. Hier ist ein Schatz. Natürlich. Im Mülleimer. Ich hab den Lachen gehört, Kollege. Oh, am Anfang war auch noch... What? Oh, das ist höher. Müssen wir mal zurück. Da ist noch ein Schatz. Hier? Nee. Ganz zurück. Habe ich doch tatsächlich ein Schatz übersehen? Hier? Wo ist hier ein Schatz? Da oben. Ah ne, grün brauchten wir, gell? Ja, schade. Ein grünes Markt brauchten wir. So, hier vorne rechts ist auch noch eins. Er hat uns noch nicht mitgekriegt. Dann versuchen wir uns mal ranzuschleichen. Dich habe ich gesehen. Und da war es nur noch eine und die ist irgendwo da oben. Mein Gott, Mädel, was du hier so rumstöhnst. Ist ja nicht mehr feierlich. Fertig. Guter Schuss. Uh. Heilung sieht gut aus im Moment. Schau mal hier alles, jo. Oh. Hier ist auch noch ein Schatz. Er sieht mich nicht. Oder doch? Gott, das Nachladen, das dauert ja ewig. Oh, der ist schon tot. Was machen die mit Absicht? Er ist tot. Das ist echt unfair. Man denkt, die leben noch, dabei sind die schon längst tot. Das ist echt mies. Ich habe dich gehört. Grün. Ah. Nicht das, was ich will. Auf jeden Fall muss ich bei den Maschinengewehr die Ladezeit verkürzen. Das dauert ja ewig. Hier noch irgendwas. Ja, Munition. Was macht der hier? Okay. Und jetzt? Hä? Nein. Eeeee. Dein Ernst? Oh, von vorne komplett. Oh, ey. Das ist ja frech. Wim war es aber nur einer. Ich brauche hier nochmal den Schatz. Also, muss ich mich gleich auf dem Weg nach oben machen, um Ashley zu retten. Frech. Vor allem, wo hauen die denn ab? Was ist denn das für ein Quatsch? Die ist doch nicht in die Tür gegangen. Es gibt doch nur die Tür hier. Hilf mir hier mal kurz. So ein Quatsch. Hallo, hilf. Klein ist Arschloch, ey. Böse Buben hier. Verletzt? Nein, danke. Jetzt ist natürlich die Tür wieder zu. Dammit. Alle werden wir hinten aufgemacht. Auch mit Sachen zu werfen, können es Leute verletzen. ync. Auch mit Sachen zu werfen. Natürlich. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Hallo! Okay. Warum kann man hier zurück? Warum sollte ich das wollen? Alter, wo sind wir hier? So, jetzt haben wir mal gar nichts mehr. Oh, hier machen wir 3 Schuss wieder. Oh, das gefällt mir hier gar nicht. Hinten in der Ecke. Da da. Riecht das widerlich. Kommst du klar? Ja, früher hat mich. Ein grüner! Jawoll, 5 Farbenbonus. Zack, 5 Farbenbonus. Zack, 5 Farbenbonus. 100.000 ist das Ding. Hier läuft. Hier könnte man 3 Farbenbonus machen. Rot. Hier lila. Und hier blau. Zack, 3 Farbenbonus. 36,4. Äh, macht 3. Trio-Bonus mehr. Äh, macht 3. Noch was gab's nicht? Nee. Beide gleichzeitig, okay? Alles klar. Perfekt. Perfekt. Es war jetzt nicht schwer. Oh. Oh. Geh mal da rein, bitte. Oh nein. Ich hör's schon. Generator. Handgranate. Nora? What? Das ist ja super. Oah. 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 Bitte was? Oah. 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 Scheiße. Hässliches Dreißvieh. Der bocke mal. Du bist doch nicht verletzt. Nein, alles gut. Der war frech. Nochmal das Spiel. Okay, das war aber verzögert. Jetzt haben wir aber gerade viel Geld. Brauchen wir wieder Strom. Machst du das? Na klar, ich habe ein Händchen für sowas. Das heißt, wir müssen uns doch wieder beeilen, um zurückzukommen, wa? Nochmal was mit 5 Farben. Kriegen wir aber leider nicht hin. Eigentlich sind doch nur 4. Dann kriegen wir das ja doch hin. Achso, scheiße. Ne, ist ja auch rot. Ah, doof. Uh, Flintenmunition. Nehme ich gerne. Na irgendwas hier? Ah, da ist. Oh, Magnumauer, schön. Wie viel Krauser. Ah, freu ich mich schon drauf. Halt. Da liegt noch Kraut. Wird die jetzt angegriffen? Das nimmt kein Ende. Euer Ernst? Kommt der jetzt unendlich oder was? Das schaffe ich doch niemals bis zu ihr zurück. Ah, hallo. Wie soll ich denn das schaffen? Einer weniger. Wäre er mir hier noch im Nacken sitzt, Alter. Oh, das ist auch noch ein Super. Halt sie ihn. Ich erwähne schon, dass ich ihn heiße, ja. Mann, geh mir doch mal nicht genau in die Felle. Oh, ich kann da rennen. Wow. Hättest du das nicht eher machen können? Danke. Kein Problem. Aber der hat doch einen Schatz für mich. Das war gemein. Der Schatz ist nun weg. So. Habe ich jetzt auch verstanden. Hey, rotes Kraut. Hier geht, hier geht. Was haben wir hier noch vergessen? Forellenbarsch. Ja, ja, mein Gott. Ratten. Eine Abfallbeseitigung. Musch wieder zurück. Ja, du hast dich um einen Aufrag gekümmert. Gut gemacht. Ja, ich bin nochmal zurück. Das heißt, Ratten suchen. Yay. Mir sind überhaupt keine Ratten aufgefallen. Gucken wir erst mal hier am Anfang. Da ist einer. Wo ist er hin? Vier Stück. Ist das hier auch noch Abfallbeseitigung oder nur da? Ich denke mal nur hier. Ja, auf jeden Fall hier noch einer. Nummer zwei. Wo ist die drei? Das war noch die vier. Sie ist hier. Hä? Wo ist er hin? Da. Und tschüss. What? Gott, ey. Abgeschlossen. Hast du einen Auftrag erfüllt, stimmt's? Nicht nur einen. Aha, kann ich dir an der Nasen... Haha, ich wusste, auf dich kann ich zählen. Ich habe nur die feinste Wache im Angebot, Fremder. Wieso kostet das hier 40? Kräuter sind eine feine Sache. Man kann damit heilen, töten, einfach alles. Aha. Okay. Ich werde für mich persönlich die silbernen Tickets in meinem zweiten Durchlauf machen, was ich dann für mich privat spiele. Deswegen werde ich jetzt den anderen ganzen Kram gekauft. Sprich, das hätte ich gern. Oh, komm, mehrmals. Wie viel gibt denn das? Ja, nicht viel. Das hätte ich gern. Hast du vor, mit einer Kugel eine Nadel einzufädeln, Partner? Ah. Mathilda. Ah. Das nehme ich. Eine interessante Wahl. Das nehme ich. Also, ich meine das natürlich positiv. Ähm. Ah, können wir ja in die Kiste tun. Damit, weißt du sie, die Waffe wird großartig damit aussehen. Alles klar. Wäre das dann alles? Weg. 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 Geil. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. Ähm. Machen wir noch was? Ähm. Ne, das kommt alles in die Kiste. Nö. Fahr 200.000. Danke. So, dann können wir jetzt das nochmal reparieren. Weiterhin viel Glück. Fremder. Und wie wäre es, wenn wir das nochmal verstärken? Probier mal, wie sich das anfühlt. Das ist schade. Jemand, wie du, sollte den Unterschied sofort bemerken. Die ist fertig. Das ist aber auch teuer, ey. Probier mal, ob es passt. Bist du beeindruckt? Haha. Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Gut. Damit bin ich jetzt erstmal zufrieden. Ich habe nur die feinste Ware im Angebot, Fred. Das habe ich nicht immer vor. Stirb mir. Nehme einmal das. Oh ja, da brauchst du ja auch das. Aha. Oh. Da draußen. Gut, wir müssen jetzt an die Schreibmaschine. Und aufbewahren. Tun wir einmal das. Und das. Oh. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Nein. Wie sieht das an der Maschinengewehr aus? Ah. Können wir ja mal nehmen. Und das hier. Aber dreifach Zoom. Okay. Dann speichern wir nochmal. Weil das da aussieht, jetzt hat man gleich wieder in den Kampf kommt. Okay. Na dann. Was kommt denn jetzt? Wir sind wieder am Frachtepot. Yeah. Das sieht irgendwie noch in der Boss-Arena aus. Na dann. Let's go. Die Abrisskugel gefällt mir aber gar nicht. Können wir jetzt Krauser kommen? Oh. Hier überall rote Fäser. Das gefällt mir echt nicht. Leon! Da. Der Lift. Wenn nur diese Wand nicht wäre. Ja, wozu gibt es die Abrissbirne? Gibt es hier noch was? Ja. Ja. Was ist denn das? Blendgranate, Alter. Ich komme da aber nicht hoch. Ist das sonst noch irgendwas? Auf jeden Fall sieht das hier nach Boss-Kampf aus. Eine Abrissbirne. Das mache ich. Natürlich. Kein Witz. Ich bin so was heute in der Schule. Ja, lang bin ich so. Das war das lieber. Becker. Ich bin so. Ich kümmer mich irgendwie. Natürlich trifft er. Weg. Ey, ich treff aber auch nix. Nervs. Auf der Seite. Das ist ein Blatt-Hart. Zitzen! Ja, ja, ja. Zitzen! 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 Meine Fresse! Toi, ich dachte, er macht einen Schwinger. Macht er natürlich nicht. Mein Gott, wie lange dauert es denn, so eine Wand kaputt zu machen? Wer so nett nach dem Arschtritts war, sollte ihn geschehen. Ich bin sicher, ich bin sicher. Ich hab noch ein Blattes rausgegangen. Ich find's hier langsam echt übertrieben, alter, ich konnte da nix machen, nix. Die Übertreibenshochtszene echt. Und alles von vorne. Also ich weiß, ich rupfe und munition aufheben muss. Es ist hardcore lächerlich hier. Du bist da unten. Es ist übertrieben hoch 10. Na ab. Nachladen. Das Spiel hebt ja immer noch. Da. 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 Was halten die denn aus? Natürlich Natürlich Na rennen Ich finde die stelle ist mit abstand das schlechteste hier überhaupt Stirb doch einfach nur junge Oh Die stelle mag ich absolut nicht Die ist hardcore lächerlich Sollte es jetzt nicht runterhüpfen Reicht es wenn ich ihn am leben lasse? Ohne dass die anderen alle kommen Oh Wahrscheinlich nicht, wa? Da bleiben die Spinnen Wie lange das dauert mit dieser Abrissbirne Ja 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 Wer so nett nach einem Arsch trifft hat, soll sie nicht kommen. Jetzt. Wollt ihr mich hier eigentlich total verarschen? Ist doch lächerlich hier. Ich versuche... ... ... ... ... ... Weg Ist jetzt mal gut oder echt Das ist echt schwachsinn also ganz ehrlich Das ist mit Abstand das stimmste überhaupt was sie sich hier entschieden haben Meine Fresse Alles verballert hier Das ist Schwierigkeitsstufe normal ist klar Wie wird man da die höchste stufe schaffen Nein war es nicht Absolut nicht cool das ist mit Abstand die schlechteste stelle im spiel finde ich also die hat mir gar nicht gefallen hat man vielleicht gehört Jetzt kommt die mit einer mission Die übermächtige bedrohung beseitigen inkubationsstation Echt jetzt Kann ja nur sind super regenerator sein Die können wir shortcut freischalten Äh wo war denn das Hier unten Das heißt wir müssen zurück oder Ja Schauen wir mal kann nur der super regenerator sein Das war eine Nummer echt Alter Schwede Alter Schwede Also da habe ich ja jetzt Das Maschinengewehr Falls es der wirklich ist würde ich das lieber auf Halt Die Stingray machen Ja Macht halt mehr Schaden Achso Ich will vorher nochmal speichern Bevor ich den ganzen Scheiß nochmal machen darf Glaub ich zwar nicht aber sicher sicher Du hast den Geruch des Kampfes an dir kleben Ja Das ist richtig Äh Ja Können wir noch Kann ich die hier rein tun? Warte hier Okay Sag ich doch Hat der viele Ah Jux Ich greife aber auch nichts Gern Was ist das denn? Alter treff das mal Alter treff das mal Was war's? Okay da war leichter als ich dachte Okay Wären die hier noch in den Scheiben alle drin gewesen hätte die 100% hier alle befreit Also bis auf den einen wo man den Schraubenschlüssel braucht Ah die Stelle eben riecht mich immer noch auf Bist du okay? Ja Na klar Gute Arbeit verdient eine angemessene Entlohnung Na dann Was kann ich für dich tun? Ach mein Rücken bringt mich rum Wusste doch dass du dich dafür entscheidest Ja die ist zwar cool aber die will ich jetzt nicht Komm jederzeit wieder Äh wo sind die Mathilda? Hä? Und da Ja Hast du? Nee Willkommen Oh was kann Gehen wir weiter Ich denke mal das wird es auch bald gewesen sein mit der Insel Ja ich nehme es zurück Das ist noch ein ganzes Stück Das Spiel geht aber auch lange Die spielen schon 14 Stunden und 15 Minuten Krass Okay Kann man doch bestimmt auch gleich noch mal Besuch Kann man doch bestimmt auch gleich noch mal Besuch Weißt du ich Ich finde Wir geben ein richtig gutes Team ab Ich schätze schon Oder? Wer weiß Vielleicht werde ich auch mal eine Agentin Was sagst du? Wir könnten unser Land gemeinsam vor Gefahren beschützen Wenn du meinst Ich glaube in Resident Evil 6 Kommt sie nochmal wieder Hm Langweiler Glaub ich Ich glaube in Teil 6 kommt sie wieder Glaub ich Bärensteintransport Ich möchte betonen wie wichtig die korrekte Handhabung beim Transport des Bernsteins aus dem Untergrund ist Lassen sie größte Sorgfalt und den gebotenen Respekt weiden Es ist von äußerster Wichtigkeit dass der Schlaf des Heiligen Leibs nicht gestört wird Das muss es sein wovon Luis gesprochen hat Haben wir noch Kraut? Hm Ja hier Genau P-Munition Äh Hier ist ein Schatz Da Rohrkristall Überlegene Speziesbericht Geliebter Lord Settler Ich freue mich gute Nachrichten überbringen zu dürfen Die Produktion der überlegenen Plaga spätes hat offiziell begonnen Wenn alles der Plan verläuft So versichere ich euch Werden wir unser Ziel erreichen Jaja Meinen sie vielleicht Settler, wa? Das Plagers Kniet nieder Dies ist der heilige Leib Unsere göttliche Vorsehung und bald Ein unerschöpflicher Segen für alle Las Plagers Willkommen Meine Kinder Er sieht aus Ich bin Osmond Settler Die Stimme unseres Herrn Mir ist scheißegal wer sie sind Törichte Schafe Warum verweigert ihr die Gnade? Ich habe eine Wester Nein Ich habe eine Wester Nein Mein Kind Wehr dich nicht Glück Glück Herr vergib diesen gottlosen Sündern Deine Buße wirst du von meinem getreuen Jünger Ableisten Komm Kind Du musst keine Angst haben Übergib dein Leib Und befreie dich von Angst Da muss die Parasiten loswerden Du warte ich gar nicht mehr Du warte ich gar nicht mehr Settler Du Bastard Awww Wieder ein neues Gebiet Yay Äh wir gehen erstmal rechts Awww Messer haben wir noch? Ja Ich höre eine Ja Ist aber doof wenn ich drauf schieße hören die das wahrscheinlich Ich Crowser Komm ich da mit dem Messer dran? Ja gell Oh Da werde ich wo sechs sie übersehen haben Wach Komm ich jetzt von hier oben? Ja aber Komm ich jetzt von hier oben? Ja aber Bitteschön 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 Das war's Hier müsste noch ein Schatz sein Hier müsste noch ein Schatz sein Goldplättchen L Guck mal Ich gucke nochmal kurz den Gang lang Und zu gucken ob ich irgendwas vergessen habe Oder übersehen habe Nö Ich freue mich schon richtig auf den Kampf gegen Crowser Echt Ey warum immer Geld da drinnen? Gib mir doch lieber Munition Genau War auch gleich 15 Und im Markt Okay Oh Oh Okay Ich warte. Ja, Krauser wird der nächste sein. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Macht's gut.